Musik In der Ostschweiz, da wo die Flüsse Thur und Neckar ihren Lauf nehmen, befindet sich das idyllische Tockemburg. Umrahmt vom mächtigen Sentis-Massiv und den markanten Gipfeln der sieben Kurfürsten, liegt das hügelige Voralpengebiet zwischen Wiel und Wildhaus. Nur rund eine Stunde vom Bodensee und Zürich entfernt. Ob als Ferienregion oder Naherholungsgebiet, das Tockemburg bietet für Familien, Sport- und Kulturbegeisterte, Naturliebhaber oder Veranstalter von Seminaren ein vielfältiges Angebot. Musik Im Tockemburg spielt die Landwirtschaft und das bäuerliche Brauchtum noch heute eine wichtige Rolle. Besucher aus der Stadt schließen hier Bekanntschaft mit Kühen und freundlichen Menschen vom Land. Familien mit Kindern übernachten hier im Stroh, in der Ferienwohnung oder in einer gemütlichen Pension. Auf den gepflegten Alpweiden entdecken sie einladende Feuerstellen. Unterkunden zu Fuß oder mit der Bergbahn, eine der schönsten Wanderregionen der Schweiz. Der beliebte Tockemburger Höhenweg und der Tourweg warten genauso darauf, von ihnen entdeckt zu werden, wie spannende und gut beschilderte Themenrouten. Auf 19 markierten Bikerouten für kleine und große Genussradler lässt sich die eindrückliche Naturlandschaft mit eigener Muskelkraft erfahren. Die örtlichen Tourist-Infobüros geben entsprechendes Kartenmaterial heraus und informieren sie gerne auch über sämtliche Attraktionen für Familien. Musik Brechen Sie aus der Hektik der Großstadt aus, fahren Sie ins Grüne und entdecken Sie das Tockemburg. Idyllisch zwischen den sieben Kurfürsten und dem Alpsteinmassiv gelegen, was naheliegenden Seminarort. Hier finden Sie eine ideale Seminarinfrastruktur mit geeigneten Unterkünften, zeitgemäß ausgestatteten Schulungs- und Tagungsräumen sowie Rahmenprogrammangeboten, die keine Wünsche offen lassen. Und das alles in einer naturnahen Umgebung, die Ruhe und Inspiration garantiert. Musik So, hier, oder? Danke. Musik Musik Das Tockemburg im Winter bietet Pistenspaß, Sonne und Meer. Dank ausgebauten Beschneiungsanlagen bis ins Tal ist die Region heute von Weihnachten bis ins Frühjahr schneesicher. Neben Einsteigerliften im mittleren Teil des Tales dreht sich das Tockemburger Schneesportkarussell vor allem im zusammenhängenden Gebiet zwischen Alt-Sankt-Johann und Wildhaus. Bis hinauf auf 2262 Meter über Meer führen die 19 Bergbahnen und Lifte. Mit 60 Kilometer breiten und gut präparierten Pisten für Skifahrer und Snowboarder gilt die Wintersportregion als eine der familienfreundlichsten im ganzen Alpenraum. Aber das ist noch lange nicht alles. Vergnügen Sie sich doch im Funpark Snowland.ch beim Schlittenfahren, Langlaufen, Körningspielen oder beim Après-Ski. Und lassen Sie den erlebnisreichen Wintertag im Wohlfühlbereich des Hotels Hirschen oder Stumps Alpenrose im Wildhaus mit Whirlpool, Sauna oder einer Massage ausklingen. Nicht-Ski-Fahrer kommen in der Tockemburger Wintermärchenwelt genauso auf die Rechnung. Sie nutzen die speziell ausgeschilderten und präparierten Winterwanderwege oder durchstreifen die tief verschneite Landschaft auf leisen Sohlen mit den Schneeschuhen. Ist der Erlebnishunger gestillt, locken die kulinarischen Genüsse der Region. Und zum Schluss lassen Sie sich von einem galanten Tockemburger Kutscher standesgemäß ins Hotel chauffieren. Neben der traditionellen Folklore, welche auf die Gäste eine große Faszination ausübt, kennt die bunte Tockemburger Eventlandschaft aber auch fremde Töne. Tatsächlich haben im jährlichen Veranstaltungskalender der Klangwelt hinter den sieben Bergen auch andere Rhythmen und Bewegungsformen ihren festen Platz. Gut abgehoben, gut aufgehoben. So mögen sich hier auch körperlich und geistig benachteiligte Menschen vorkommen. In den letzten Jahren hat das Tockemburg als erste Tourismusregion überhaupt in der Schweiz diverse Veranstaltungen, Unterkünfte und Freizeiteinrichtungen auf Behinderte ausgerichtet. An mehreren Orten im Tal genießen behinderte Menschen heute einen barrierefreien Zugang zu den touristischen Attraktionen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017